Es war ein Abend voller Überraschungen, als Beatrice Egli anlässlich einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Zürich erschien. Ihr elegantes Kleid, das mit funkelnden Peiletten geschmückt war, zog sofort die Blicke auf sich. Doch nicht ihr Outfit, sondern ein besonderer Gast sorgte für Schlagzeilen. Ist das nicht ihr Ex, flüsterte ein Gast, als Beatrice herzlich einen Mann umarmte, der später als ihr ehemaliger Lebensgefährte identifiziert wurde. Währenddessen stand Florian Silbereisen einige Meter entfernt und beobachtete die Szene mit einem Ausdruck, der zwischen Erstaunen und Unsicherheit schwankte. Seine Hände waren in den Taschen seiner Anzugose vergraben, und sein sonst so charismatisches Lächeln schien zu fehlen. Was macht er hier, soll Florian später leise zu einem Freund gesagt haben. Das war nicht geplant. Die Umarmung zwischen Beatrice und ihrem Ex war nicht nur lang, sondern auch von einer spürbaren Wärme geprägt. Fotografen hielten den Moment fest, und innerhalb weniger Stunden kursierten Bilder in den sozialen Medien, die die Gerüchteküche anheizten. Beatrice Egli trifft alten Freund. Was bedeutet das für ihre Beziehung mit Florian? Titelten die ersten Online-Portale. Florian, der für gewöhnlich für seine Gelassenheit bekannt ist, soll laut in sie dann während des Abends zunehmend nervös gewirkt haben. Es gab Augenblicke, in denen er Beatrice aus der Ferne beobachtete, während sie in ein intensives Gespräch mit ihrem Ex vertieft war. Ich weiß, dass er ein Teil deiner Vergangenheit ist, aber warum fühlt es sich an, als würde ich hier gerade nicht hingehören, soll Florian später im privaten Gespräch zu Beatrice gesagt haben. Beatrice, die die Spannung zwischen ihnen spürte, versuchte, Florian zu beruhigen. Florian, das ist nichts weiter als ein Wiedersehen. Er hat mir nur von seinem neuen Leben erzählt und davon, wie sehr er sich freut, mich wiederzusehen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, erklärte sie mit fester Stimme. Doch Florian blieb skeptisch. Es geht nicht darum, was er sagt, sondern wie er dich ansieht, erwiderte Florian. Ich will nicht, dass die Vergangenheit unsere Gegenwart beeinflusst. Die Stimmung zwischen den beiden war merklich angespannt, als sie später gemeinsam den Veranstaltungsort verließen. Paparazzi dokumentierten, wie Beatrice Florian etwas zuflüsterte, während er stumm nickte. Die Körpersprache der beiden ließ vermuten, dass das Gespräch nicht ohne Reibung verlief. Am nächsten Tag äußerte sich Beatrice in einem Interview und die Gerüchte zu entschärfen. Es war ein zufälliges Treffen mit jemandem, den ich aus einer anderen Phase meines Lebens kenne. Mehr ist nicht passiert, betonte sie. Doch die Spekulationen nahmen nicht ab, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass Florian und Beatrice am folgenden Abend getrennt bei einer weiteren Veranstaltung erschienen. Die Geschichte nahm jedoch eine unerwartete Wendung, als Florian sich entschied, Klarheit zu schaffen. In einem exklusiven Interview sagte er, Beatrice und ich haben eine starke Verbindung, die nicht durch Zufälle oder alte Geschichten erschüttert werden kann. Natürlich war es nicht einfach, aber wir stehen zueinander. Die Überraschung des Abends kam jedoch, als Beatrice Florian in einer emotionalen Geste überraschte. Während einer Live-Show, die von Millionen Zuschauern verfolgt wurde, trat sie auf die Bühne und widmete ihm ein Lied. Mit Tränen in den Augen erklärte sie, Florian, egal was passiert, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Unsere Liebe ist echt und ich lasse nichts und niemanden das ändern. Das Publikum war begeistert, und Florian, der im Publikum saß, erhob sich und applaudierte. Es war ein Moment, der die Gerüchte zum Schweigen brachte und die Stärke ihrer Beziehung zeigte. Doch die eigentliche Überraschung kam am Ende der Show. Beatrice verkündete, dass sie und Florian bald eine gemeinsame Ankündigung machen würden, die ihre Fans begeistern würde. Wir haben eine aufregende Nachricht, die wir in den kommenden Wochen teilen werden, sagte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. Während viele spekulieren, dass es sich und eine Verlobung handeln könnte, gibt es andere, die glauben, dass Beatrice und Florian möglicherweise ein gemeinsames Projekt planen. Egal was es ist, die Fans sind sicher, dieses Paar hat die Kraft, alle Herausforderungen zu meistern. Die Geschichte und Beatrice, Florian und das Wiedersehen mit ihrem Ex zeigt, dass Liebe manchmal auf die Probe gestellt wird, aber am Ende ist es das Vertrauen, das zählt. Und Florian und Beatrice haben bewiesen, dass sie eine Liebe haben, die stärker ist als jede Unsicherheit.